Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Bingbox ist gekommen und wir machen natürlich hier ist das ist die Box und wir schauen natürlich kurz rein. Ich habe schon aufgemacht, weil ich sie schon abgescannt habe. So, heute ist schwerer. Jetzt laufe es in die R. Stimmt aber nicht, jetzt Celebrate heißt es. Ja, Time to Party. Schöne Haut, Weichgummis, Schönheit mit Hyaluronsäure. Okay, schon wieder Gummis, 60 Gummis habe ich schon mal. Okay, dann haben wir hier vegan. Beer, Whiskin, Coconut, Creme, Glänzer. Ah, Glänzer ist das, oh. Ja, okay, den habe ich auch noch nicht. Schön. Ja, was ist heute alles zum Schweppspomegranate. Alles klar, schön kalt getrunken. Ja, ist das lecker. So, wieder so große Flasche. Ja, was ist denn heute alles los. Eieiei, und das ist Set Rosé 3, okay. Na ja, darum ist das so schwer. Gut, allzu gut. Dann haben wir von Schäden die 850. Beel-Off-Maske, reinigende Maske, okay. Kann man immer brauchen. Dann haben wir von Beauty2go. So, weiter geht's. Ja, da habe ich dann gefunden von Coco noch so ein Beauty2go. Nochmal so ein Lidschattenstift, da habe ich schon gehabt. Die mag ich immer gar nicht so, weil die sind sehr, sehr, wie soll ich sagen, schnell kaputt. Weil das ist da so ein Schaumstoff-Dings und da ist der Glidschatten drin. Okay. Ah ja, das ist schon was Helles, ne? Ja, wenn Augen in den Winkel. Ansonsten, ja, glänzt ein bisschen. Okay, ich mag die nicht ganz so gerne. Okay. Dann haben wir von Paula's Choice Exfoliate. Solicylacid, ja, das habe ich schon mal. Ja, das ist diesmal ein dunkleres Fläschchen. Okay, dann haben wir hier Mr. Lippenstift von Avonshine. Hydramatic Shine. Hyaluronic Infused Lipstick, okay. Peach, ah, Peach heißt für sich. Okay. Ja, ist das so Peachfarben, sehr schön. Ah ja. Ah, ganz toll. Der riecht auch gut, wow. So. Der ist hübsch, ja. Mit so einem Kern in der Mitte. Ganz, ganz prima. Okay. Haben wir einen Lippenstift von Avonshine. So, das ist jetzt das. Ah ja. Na gut, Getränke, Kokonat zwei. Eins, zwei, vier. Na gut, das ist wahrscheinlich dann das. So. Jetzt gucken wir mal die Peel Off Maske. Ja, okay. Das ist ein Glänzer, ein Glänzer. Fürs Gesicht. Remove Makeup, ja. Okay. Gut. Aber die tausendste Dings mit Weichgummis. Hab schon mal zwei noch da. Die nehm ich zwar schon, aber irgendwie nicht so das, ne. Ja, so. So. Your birthday time to body. Auch so wie der Pinkbox-Claim. Reinig deine Haut gründlich und entfern sanft dein Makeup. Ja. So, ob du dann mit so richtigen Body-Stimmungen kommst. Nicht nur echte Beauty-Highlights und Lauchbrennen, sondern auch die Zutaten für einen leckeren Trink in die Box gepackt. Ach so, das ist, aha. Das ist ein Set. Wird das gemischt oder so? Okay. Weichgummis und wir lieben Überraschungen. Unwiderstehliches Augen-Makeup, ja. Hydra-Matic-Shine-Lipstick von Avon. Der kostet 10,99 Euro. Ja. Ich hab die Habe Peach, wo mir sehr zusagt, mag ich. 2% BHH Liquid Peeling, genau. 13 Euro, 30 Milliliter. Das sind 30 Milliliter, genau. Ja. 13 Euro, okay. Ja. Dann Coconut-Creme-Glenzer, wow. Der kostet 29,90 Euro. 125 Milliliter, alles klar. Das ist meine Hausnummer. Das ist der vegan Coconut-Creme-Glenzer, wow. Schöne Haut, weichgummis, kostet 9,95 Euro. Okay. Schäbens, ein Produkt aus unserer Love-Brand. Ja, gut, das ist eine Maske, ne. Ja. Augen auf für diese Überraschung. Vom Grenet, genau. Die gesetzten Fruchten leichterben und feinsäuerlichen Geschmack. Des Granatapfels, jetzt als Prickeln. In Szene intensive Fräwerken von Schwarztee und Kadamon. Fruchtaromen. Begleitet. Erfrischtangenehm und feiner Kohlensäure. 95 Cent. Rosé, genau. Zutaten. Schülmumsekt, Schweppsprunga, Limette und Rosmarin und Eiswürfel. Okay, das wird gemischt. Ah, okay, alles klar. Ja, alles in allem. Ist ganz schön so. Die Box ist mal eine Hausnummer, muss ich sagen. Ja. Die ist meine Hausnummer. Ja. Hm. Okay. Okay. Na gut, das ist gut dabei. Alles klar. Okay. Dann machen wir das halt so. Na, dann ist das halt so. Okay. Das war's wieder. Sorry für die Unterbrechung. Und ja. Und ja. Aber, ja gut. Man kann's gebrauchen. Der Lippenstift, ja. Und das, alles klar. Kann man gebrauchen. Und ja. In dem Sinne. Ich wünsch euch was. Viel Spaß mit eurer Pinkbox, wenn ihr sie abonniert habt. Also, ich mag sie ja. Und wir gucken mal. Ja. Die behalte ich auch weiter. Weil für mich ist die Pinkbox, ja. Eine Box, wo ich sag, ja. Das war die. Obwohl ich diese Gummis, okay. Aber schöne Haut, okay. Gut. Machen wir's, ne. So. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, ne. Und dann. Bis zum nächsten Mal, ne. Ich muss euch Schminke auch wieder machen, ne. Ja. Okay, meine Lieben. Tschüss.